Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kornfäder, mysteriöse Zeichen, Botschaften aus dem All, aber was sollen sie bedeuten? Jetzt beim McDonalds die Watch X, Wasserricht, X-Funktion in drei Farben, je nur 9,95 Euro, unverbindliche Preisempfehlung. Oder ist alles nur Werbung? Neu, für empfindliche Haut. Der erste Deo-Balsam von Nivea als Spray. Ohne Alkohol. Er ist sanft. Selbst zu empfindlicher Haut. Neu, der erste Deo-Balsam von Nivea als Spray. 0% Alkohol, 100% Nivea. Superleicht, mehr drin, extrem robust. Gary in der leichten Mehrwegflasche. Zischt, prickelt, schmeckt. Denken Sie vor Ihrem Urlaub daran. American Express Traveler's Checks werden bei Verlust ersetzt. In der Regel binnen 24 Stunden. Bargeld bleibt für immer verloren. American Express Traveler's Checks. Einfach, sicher, reisen. Fahrmomente, die man nie vergisst. Der neue Honda CRV. Henry, das ist die genialste Erfindung seit der Erfindung der Pale Kartoffeln. American Diner von McCain. Leckere Fritten. Und diese knusprigen Chicken Nuggets. Und dann auf der Dip. Hast du jemals etwas so Tolles erfunden, Henry? Nö. American Diner von McCain. Wer weniger darüber redet, hat mehr davon. Das war lecker. Ganz neu von Whiskus. Das Lieblingsmenü. Mit dem Whiskus-Schonverfahren. Für so viel mehr Geschmack. Nur echt mit dem Whiskus-Schonverfahren. Neu von Whiskus. Das Lieblingsmenü. Sagen Sie mal, Sie können sich wohl gar nicht entscheiden. Doch, doch, es ist einfacher, als Sie glauben. Der Ford Mondeo. Drei Varianten, ein Preis. Sie haben die Wahl. Ford, die tun was. Meine liebste Schönheitspflege. Mein Shampoo. Das Elvital 3-Vitamin-Shampoo von L'Oreal. Noch nie war mein Haar so geschmeidig und so glänzend. Elvital 3-Vitamin-Shampoo von L'Oreal Paris. Für das schönste Haar der Welt. Warum L'Oreal? Weil ich es mir wert bin. Das Elvital 3-Vitamin-Shampoo von L'Oreal. Telefon! Telefon! D2 Privat. Der eine hat's, der andere nicht. 10 Dollar. Entdecken Sie deutsche Spezialitäten. Herzhaft vereint. Auf einer köstlichen, lauten Brezel. Die einzige Brezel mit deftig was drauf. Von Dr. Oetker. Jetzt neu in der Tiefkühltruhe. Vodka Gorbatschow. Des Vodkas reine Seele. Wir Italiener erkennen mit geschlossenen Augen, welche Eiernudeln al dente sind. Boah! Barilla. Pasta di Parma. Neu von Barilla. Die neuen Eiernudeln, die herrlich al dente schmecken. Mh, bravo! Andere Eiernudel können kleben. Barilla ist fein und fest im Biss. Mh, bravo! Und goldgelb. Buonissime! Al dente! Barilla Pasta di Parma. Eiernudeln in vier beliebten Formen. Barilla, die Nummer eins in Italien, weil sie al dente ist. Volvic aus Frankreich. Mit seiner ursprünglichen Reinheit und seinen Spurenelementen gibt Volvic uns Lebenskraft. Volvic weckt Lebenskraft. Chibomagazin. Dicke Prozente. Handtücher, Bademäntel, Nachwäsche, Unterwäsche, Söckchen, Tops, T-Shirts, Hemden, Jeans, Börsen, Nachwäsche. Für Jung und Alt gibt's jetzt bei Chibomagazin. Chibomagazin. Jede Woche eine neue Welt. Das Premium vom Lande. Ur-Krostetzer. Niemand bewegt sich. Sofort wieder aufs Boot! Komm schon! Anaconda. Der Montag auf ProSieben. Mit Action im Doppelpack. Legen Sie los, ich bin da. Hallo Nachbar! Renegade auf gnadenloser Jagd. Pass auf dich auf, mein Alter. Aber immer doch. Und gleich danach. Bin ich bis Mitternacht zu Hause. Immer auf heißer Spur und immer im Einsatz. Das Palm Beach Duo gegen die Unterwelt von Florida. Nimmst du Unterstützung mit? Du bist die Unterstützung für mich. Renegade und das Palm Beach Duo. Montag ab 22.15 Uhr auf ProSieben. Der Megafilm auf ProSieben. Mit einer unheimlich stürmischen Frau. Wo ist das Blut? Wie bitte? Die Halsschlagader wurde durchgetrennt. An den Wänden müsste doch überall Blut sein. Seit sie aufgetaucht ist, passieren äußerst merkwürdige Dinge. Feuerchen gemacht? Das war ich nicht, das war... Das war der schlimmste aller Untoten. Das ist ein kaltblütiger Killer. Und was bist du? Sie ist Bloody Marie, eine Frau mit Bist. Morgen 22.15 Uhr auf ProSieben. Jetzt geht's weiter. Präsentiert von TV Today. Ich hätte gerne ein Telefon, aber diesmal eins ohne Schnur. Verstehe. Da haben wir hier die Sinus-Familie. Standard- und Komfortgeräte. Und alle sehen gut aus. Ohne Schnur? Ohne Schnur. Damit können Sie in Ihrer ganzen Wohnung telefonieren. Und sogar im Garten in 1A-Gesprächsqualität. Ohne Schnur. Ohne Schnur. Schnurrlust telefonieren mit der Sinus-Familie von der Deutschen Telekom. Jetzt in allen T-Punkten. Äh, mal probieren? Na? Für ein leichtes Prickeln bin ich immer. Das nächste Mal gehst du. Prosecco Giulia. Das leichte Prickeln. Nicht nur zum Essen. Jetzt neu. Haar ist empfindlicher als man denkt. Deshalb gibt es jetzt das neue Sensitiv-Shampoo von Nivea Haircare. Es pflegt empfindliches Haar und sensible Kopfhaut mit der beruhigenden Wirkung der Kamille. Das neue Sensitiv-Shampoo von Nivea Haircare. Nivea gepflegtem Haar geht es glänzend. Das schnurlose Sinus 54. Mit vielen komfortablen Funktionen und allem, was Sie fürs digitale T-Net brauchen. Und sieht auch noch gut aus. Das schnurlose Sinus 54. Für 449 Mark im T-Punkt oder bestellen unter 01114. Heute ein König. König Pilsner. Das König. Der Biere. Tag Herr Wild. Hallo, schön kühl hier. Ja, die neuen Produkte sind eingetroffen. Der Coolboy als persönliche Klimaanlage. Kühlt und erfrischt. Dazu gibt es kalte Getränke für alle. Aus der 2,5 Liter Pump-Isolierkanne. Oder dem Flaschenkühler. Hält kühl ganz ohne Eis. Das ist ja Eis. Für mich nur e-Duscho. Null Power. Oder Power Athlet. Familienwagen. Oder Sport-Kombi. Das Unerwartete erwartet sie. Der neue Volvo V70. Und wo fährt die Presse? Für die Touristen. Wirkt einfach Spanische. Orangensaft im Tetrapack. Irgendwie clever. Wir haben auch etwas gegen Insekten. Das Fliegengitter von Tesa. Es lässt sich ganz einfach anbringen und ist fast unsichtbar. Der natürliche Schutz gegen Insekten. Tesa Fliegengitter. Und jetzt ganz neu. Tesa Fliegengitter bedruckt mit Disneys lustigen Dalmatinern. Drive Your Dreams. Der neue Volvo V70. Probefahren. Rufen Sie jetzt an. 080 55 455. Es gibt Momente im Leben, da weiß man, es ist Zeit für Persil Megaperls. Als Mutti mir die Wäsche gab, da habe ich ganz schön schlucken müssen. Früher war mir ja Waschen ziemlich egal. Tja, und jetzt? Das war schon Omas Hochzeitswäsche. Dann Muttis. Weiß noch als Kind, wie ich bei ihr kuscheln durfte. Immer Persil gepflegt, hat Mutti gesagt. Und jetzt nehme ich das Persil von heute. Seit 90 Jahren überzeugt Persil durch Reinheit und Pflege. Das beste Persil unserer Zeit, Persil Megaperls. Bei mir hat es gerade den richtigen Momentklick gemacht. Irgendwann kommt jeder zu Persil. Da weiß man, was man hat. Ich kenne Kai, solange ich denken kann. Obwohl er immer behauptet, dass ich mit dem Denken erst ziemlich spät angefangen habe. Mit ihm verbinde ich Spaß, Abenteuer und eine neue Zeitrechnung. Ansonsten haben wir immer noch den gleichen Geschmack. Und die gleichen Leidenschaften. Auf die Freundschaft. Heutztenpilsner. Wichtig vor dem Sonnenbad. Calcium Sanders gegen Sonnenallergie. Hilft meine Haut von innen, damit sie von außen geschützt ist. Was sich so gut löst, gibt auch Ihrem Körper mehr. Bei Sonnenallergie Calcium Sanders. Klare Lösung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Jetzt zum Jubiläum. Persil Megaperls in der Nachfüllbox mit der Weißen Dame. Die eiskalte Fusion Vodka Gorbatschow und Lemon. Neu Bepantol Gesichtscreme. Gesundheit und Geschmeidigkeit für trockene Haut. Bepantol Roche Gesichtscreme. Entdecken Sie Ranieri samtig zarter Eiscreme Genuss. Das ist mehr als können. Das ist Kunst. Die Kunst der Verführung. Gran Kono von Ranieri. Das verdient besondere Aufmerksamkeit. Der K. Kleiner ist schöner ist besser. Fort. Die tun was. Am Sonntag Fokus TV mit diesen Themen. Miami nach dem brutalen Mord an Versace. Fokus TV unterwegs in der Stadt der Models und Mörder. Der Kollege dein Feind. Problemfall Mobbing und wie sie sich am besten dagegen wehren. So einfach ist Kreditkartenbetrug. Fokus TV zeigt, wie sie sich schützen können. Fokus TV. Sonntag 22.20 Uhr auf ProSieben. Der Megafilm auf ProSieben mit einer unheimlich stürmischen Frau. Wo ist das Blut? Wie bitte? Ihr Halsschlagader wurde durchgetrennt. An den Wänden müsste doch überall Blut sein. Seit sie aufgetaucht ist, passieren äußerst merkwürdige Dinge. Feuerchen gemacht? Das war ich nicht, das war... Das war der schlimmste aller Untoten. Er ist ein kaltblütiger Killer. Und was bist du? Sie ist Bloody Marie, eine Frau mit Biss. Morgen 22.15 Uhr auf ProSieben. Jetzt geht's weiter. Präsentiert von TV Today. Hier. Ja, was ist Hank? Ich muss zu meinem Vater. Immer mehr Experten empfehlen ihren Männern Protektor von Wilkinson. So scharf, dass er hinter Gitter muss. So sicher durch seine feinen Schutzbügel. Und so gründlich. Protektor von Wilkinson. Madame. Habe ich was falsch gemacht? Vielleicht haben Sie das falsche Bier bestellt. Alkoholfrei habe ich bestellt. Aber nicht Klausthaler. Ober. Und wo ist der Unterschied? Das ist der Unterschied. Ob Klassik oder Extraherb. Immer Klausthaler. Alles, was ein Bier braucht. Jeden Monat sammelt der grüne Punkt in Deutschland so viel Altglas, um damit einen Zug von 55 Kilometern Länge zu füllen. Und aus all diesem Glas werden wieder neue Flaschen und Gläser. Deshalb sammeln und sortieren Sie mit. Der grüne Punkt. Schatz, hast du schon Urlaub gebucht? Mhm. Und sie? Jetzt aber los. Die Sonne wartet. Tui. Sie haben es sich verdient. Für ein leichtes Prickeln bin ich immer. Das nächste Mal gehst du. Prosecco Giulia. Das leichte Prickeln. Nicht nur zum Essen. Jetzt neu. Kamera raus. In dieser Situation ist es nicht leicht für meine Haut, ihre natürlich gesunde Ausstrahlung zu bewahren. Da müsste ich eigentlich neben meiner Feuchtigkeitscreme eine beruhigende Kamillenkompresse und eine schützende Vitamincor anwenden. Aber jetzt habe ich die neue Kamillintensivpflege entdeckt. Eine reichhaltige Feuchtigkeitscreme mit Kamillenblütenextrakten. Zusätzlich enthält sie grünen Tee, sowie Vitamin E und einen UV-Filter gegen vorzeitige Hautalterung. So, gefällt mir. So, gefällt mir. Die neue Kamillintensivpflege. Vollständige Pflege für natürlich gesunde Haut. Farb-Body-Splash-Dusch-Geben. Farb-Body-Splash-Dusch-Geben. Es ist an der Zeit, ein Bier zu feiern, wie es so gebraut in Deutschland nirgendwo ein zweites gibt. Hier ist es zu Hause. Aus der deutschen Brauerei, die als erste nur nach Pilsner Brauart braute und noch bis heute braut. Radeberger Pilsner. Ein Radeberger. Geschädigtes Haar können Sie entweder abschneiden oder mit dem Gliscour Hair Repair Komplex wirksam reparieren. Er baut das Haar von innen wieder auf und erhöht seine gesunde Widerstandskraft. Also entweder oder Gliscour mit dem neuen Hair Repair Komplex. Kann Ihre Haarpflege das auch? Kopfschmerzen können einen ganz schön belasten. Da sollte ein Schmerzmittel möglichst schnell sein, ohne den Körper unnötig zu belasten. Dolomine hat einen körperverwandten Baustein, Lysine. Dolomine gelangt schnell in den Organismus und hilft schnell und verträglich vom Schmerz zu befreien. Dolomine mit körperverwandtem Baustein und schnell gegen Schmerzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Vor tausenden von Jahren, als die Natur noch rein war, nahm ein Wasser seinen Weg durch tiefes Mineralgestein bis hin zu dieser Quelle. Selters, ein reines Wasser, muss durch einen tiefen Stein. Selters. Als Kind waren Vitamine einfach gut für mich. Heute sind sie sogar gut für meine Haut. Neu, die erste Aufbaucreme mit Vitamin E, C und H von Nivea Visage. Sie gibt müde Haut wieder neue Stärke. Neue Stärke für meine Haut. Vitamine zum Creme. Die neue Vitamin Aufbaucreme von Nivea Visage. Wenn man sich auch im Urlaub wie zu Hause fühlen will. Sacrotan. Unterwegs, wieder heim. Sacrotan. Hygiene zum Wohlfühlen. Die C-Klasse ist jetzt noch schöner, sicherer und komfortabler geworden. Formel 1-Fahrer Mika Heckenen testet, ob sie auch dynamischer ist. Morgen spielen wir aber Tennis. Ja, klar. So wie man früher gebacken hat, wird Hanuta auch heute noch gebacken. Aus herzhaften, echten Zutaten und mit viel Ruhe und Sorgfalt. Ein Geschmack, so herzhaft und echt wie hausgemacht. Hanuta. Herzhaft, echt, wie hausgemacht. Tricks 7, Samstag-Konsortant von Morgens bis 20.000 Uhr. Mittags auf ProSieben. Jetzt geht's weiter. Präsentiert von TV Today.